Shopping City Sayersberg, wo Vielfalt zu Hause ist. Hallo an diesem heißen Sommertag aus der Shopping City Sayersberg. Es freut uns sehr, Ihnen heute die aktuellen Sommertrends 2022 präsentieren zu dürfen. Da starten wir gleich rein bei Primark. T-Shirts mit Print sind immer im Trend. Philipp kombiniert das gelbe T-Shirt mit einer lässigen Denim-Shorts und Slip-On-Sneakers im Blau gehalten. Für kühlere Sommerabende trägt man einen Hoodie mit All-Over-Prints. Perfekt für die Fahrt ins Schwimmbad oder einen Ausflug trägt Tessa ein sportliches Sommerkleid mit pinken Prints. Dazu den farblich passenden Rucksack, in den man einiges verstauen kann. Die farblich dazu passenden Sneakers dürfen bei diesem Outfit natürlich auch nicht fehlen. Diesen Sommer sind definitiv strikt Tops im Trend. Marlene kombiniert dies mit einer trendigen Flair Jeans in hellblau. Dazu die passende Umhängetasche und Sandalen in beige-braunen Tönen gehalten. Julian trägt unseren American Mesh Look. Trendy Denim-Shorts, ein T-Shirt mit Print und lässige Skateshoes. Die grün-blaue Collegejacke mit tollen Details macht diesen Look komplett. Seit nun über einem Jahr bringt Eleganza Italiana italienisches Modeflair in die Shopping City Sayersberg. Mit wöchentlich neuen, außergewöhnlichen Trends bietet Eleganza Italiana alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Besuchen Sie uns im Haus 7, das ist Yellow City, Ebene 1. Das Team von Eleganza Italiana freut sich auf Ihr Kommen und Ihnen einen Hauch Italien mit nach Hause geben zu können. Einen Hauch Eleganza Italiana, immer voll im Trend und manchmal diesen auch einen Schritt voraus. Every woman is beautiful in their own way. Entdecken Sie die neuen Produkte, kreieren Sie Ihren persönlichen Look. Nachtwäsche, Lingerie und Strickwaren in neuen Farben und neuen Stils. Alles erhältlich bei Intimissimi. Herzlich Willkommen bei Kleiderbauer. Stephanie, Tessa, Philipp und Julian präsentieren die Highlights der aktuellen Sommerkollektion von Kleiderbauer. Eine wichtige Information für alle Schnäppchenjäger. Diese Kollektionen sind jetzt bis zu 50% reduziert. Noch kurz erwähnt, auch mein cooles Outfit ist von Kleiderbauer. Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Kleiderbauer Team in Sayersberg. Unsere Hochsommer Highlights sind nun bereit, den Bichoux Brigitte Catwalk zu betreten. Fröhlich und bunt, so lautet die Quintessenz dieser lebensbejahenden Kollektion. Stylischer Schmuck und trendige Accessoires für den nächsten Festivalbesuch, einen Tag am Meer oder die Sommerparty haben sich in Perfektion zusammengefunden. Das italienische Unternehmen Calcedonia steht seit 35 Jahren für beste Qualität bezüglich Strumpfahre, Legwear und Bademode. Entdecken Sie die neuesten Trends und zahlreiche Optionen für jede Jahreszeit. In dieser Sommersaison ist unsere Bademoden-Kollektion für Damen und Mädchen sowie Badeshorts und Badeslips für Herren ein Must-Have. Unser Calcedonia Team sorgt dafür, dass Sie den besten Komfort und gewünschten Stil finden. Let's get loud! Wir bieten einen Farbflash für gute Laune. Der satte Orchideen Pink ist perfekt für momentane Looks, aber durchaus auch später, in der Herbst-Wintersaison kombinierbar. Trete ein in die Welt der Mode. Stil, eine große Auswahl an Farben und Mustern, das sind die Trümpfe, die die Marke Dezenis auszeichnen. Hier findest du die neuesten Trends der Saison. Under Armour ISO Chill. Super kühlendes Material, direkt spürbar beim Angreifen. Damit du bei den heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahrst. Alle Artikel jetzt sogar im Sale, minus 30% gibt's auf den gesamten Einkauf. Die Firma Triumph präsentiert Ihnen die neue Tri-Action Kollektion mit wunderschönen Herbstfarben. Diese Modelle haben eine weiche, atmungsaktive Qualität, sprich ein perfektes Second Shine Feeling und sind für alle Sportarten geeignet. Ola Popkin, die führende Marke für Plus Size Mode, präsentiert Ihnen angesagte Looks für die modische Frau ab Größe 42. Einmal in trennigen Sommerfarben, einmal in klassischem Schwarz-Weiß. Kombiniert mit Jeans bei Ola Popkin finden Sie auch für Ihren Typ das Richtige. Nicht vergessen, im aktuellen Sale gibt's die bewährte Ola Popkin Qualität zu Schnäppchenpreisen. Das sind sie, die aktuellen Mode-Highlights in der Shopping City Sayersberg. Wir freuen uns schon sehr auf Ihren Besuch, gerne auch auf unserer neuen Outdoor-Terrasse. Täglich geöffnet bis 22 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Bis zum nächsten Mal.